Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir zeigen euch heute, wie ihr einfach einen Feel-Unique-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal wichtig, die Feel-Unique-Gutschein-Seite bei uns zu öffnen. Und im oberen Bereich gibt es gleich unterschiedliche Gutschein-Codes, zum Beispiel hier 15% Rabatt, 25% Rabatt auf bestimmte Artikel einer Marke oder auch 10% Rabatt auf Make-Up-Produkte. Darunter auch noch vieles mehr, wie ihr seht. Und wir zeigen euch heute, wie ihr diese 10% auf Make-Up-Produkte sparen könnt. Dafür müsst ihr erstmal auf die Schaltfläche Gutschein-Code anzeigen und Shop öffnen klicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster mit näheren Informationen. Hier oben wird gleich der Code angezeigt, den man sich hier kopieren kann, indem man auf die Schere klickt. Darunter gibt es noch Informationen zur Gültigkeit, zum Mindestbestellwert und ein paar Bedingungen werden hier auch noch angezeigt. Im anderen Tab hat sich nun bereits der Feel-Unique-Online-Shop geöffnet. Und es liegt nun natürlich völlig bei euch, Produkte, die die Bedingungen erfüllen und euch interessieren, hier in den Warenkorb zu legen. Und hier habt ihr unten bei Angebotscode eingeben, die Möglichkeit in das Textfeld zu klicken, einen Rechtsklick zu machen, auf Einfügen zu klicken und dann nochmal mit dem Klick auf Anwenden zu bestätigen. Die Seite lädt nun kurz an neu und gerade eben haben wir noch über 32 Euro bezahlt. Nun sind es nur noch 29,91 Euro und hier wird der Rabatt auch nochmal angezeigt, nämlich in Höhe von 3,33 Euro. Das sind diese 10% vom Einkaufspreis. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Es lohnt sich also auf jeden Fall bei unseren Feel-Unique-Gutscheinen vor der nächsten Bestellung vorbeizuschauen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.